hey leute und herzlich willkommen zu dem gtr 5 highlight video dank an emilia und ingame heiße ich apple roses also nicht wundern ich schieße einfach weiter oder soll ich meine granate als abwechslung werfen molotov cocktail du lappen ich kann man nur so schlecht sein also es gibt es ja nicht also nur nugs sterben ich bin tot wieso habe ich die granate gedroppt ich habe mich selber jung ich kann so nicht endlich ich dachte schon jemand ist gestorben aber wenigstens 15200 ich bin level alle ich bin level 25 20 dame kill dame kill gg Wie wext das? Wie wext das? Ich muss die Lange zurück schreiten, damit du wirklich rein kannst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.